Wir haben die Firma Megatronik immer als sehr, sehr fairen Partner kennengelernt, von Anfang an. Wir sind als Fachhändler ständig unterstützt worden, ob das Schulungen betrifft, Produktwissen, all diese Dinge, die ganz wichtig sind, um Geräte mit Erfolg verkaufen zu können. Megatronik hat es nie versucht, über seine Händler hinweg eigene Geschäfte zu machen. Wir wissen selbst, wie wichtig das ist in diesen Zeiten. Es war also immer ein fairer Partner, der seine Händler unterstützt hat und das hat uns letzten Endes auch immer wieder motiviert, mit Megatronik zusammenzuarbeiten. Natürlich auch die ständigen Verbesserungen an den Maschinen, das ist in unseren Augen eine unterschätzte Marke, aber das ist unsere Sichtweise als Partner. Wir sind mit den Maschinen zufrieden, sie funktionieren, sie sind zuverlässig und wir haben auch unsere Erfolge im Vertrieb und das ist ein Gesamtpaket, was wir sehr schätzen. zufrieden, sie sind ein Gesamtpaket, was wir sehr gut in unseren Vergleichen verbessern, wir sind dieses Gesamtpaket, was wir nicht mehr sagen, den wir wollen. zur Zeit, wir können auch unsere Erfolge im Vertrieb und das sind, auch das Glockendain, wir wollen auch in der Lage sein, dielerweile auf der Welt